Nachdenkseiten Die kritische Website Blockierte Ukraine-Gelder Setzen sich die USA vom Krieg ab? Einige Fragen zum Vorgang von Tobias Riegel In den USA werden vorerst keine neuen Gelder für die Ukraine freigegeben. Ist das eine reale Exit-Strategie der USA aus dem Ukraine-Krieg? Wenn ja, werden dann die Europäer fortan alleine bezahlen? Oder ist die aktuelle Entwicklung in den USA sowieso nur eine trügerische Momentaufnahme? Der US-Kongress hatte am Samstag einen Übergangshaushalt verabschiedet, der keine weiteren Ukraine-Hilfen vorsieht, wie Medien berichten. Der republikanische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, wurde laut Medien inzwischen auf Betreiben von republikanischen Abgeordneten abgesetzt. Der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats im Weißen Haus, John Kirby, sagte, eine aktuelle, vom Kongress bewilligte Summe reiche aus, um der Ukraine noch ein paar Wochen oder ein paar Monate zu helfen. Wie es mit den Ukraine-Hilfen weitergehen soll, besprach US-Präsident Joe Biden am Dienstag im Rahmen einer Telefonkonferenz mit westlichen Verbündeten, so Medienberichte. An dem Gespräch nahmen demnach unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD, EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen, NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, Italiens Ministerpräsidentin Georgia Meloni, Kanadas Premier Justin Trudeau und der britische Premier Rishi Sunak teil. Im polnischen Kielschi bestätigte Staatschef André Duda, ein weiterer Teilnehmer der Runde, Biden habe den Teilnehmern versichert, dass die US-Hilfen für die Ukraine weitergingen. Wie das konkret bewerkstelligt werden soll, bleibt bisher aber offen. Russischer Vizeminister Es ist nur eine Show fürs Publikum. Dass die US-Gelder nun nicht versiegen werden, das erklärt der stellvertretende Außenminister Russlands Sergej Jabko. Die Vereinigten Staaten würden die Ukraine trotz der Verabschiedung eines vorläufigen Haushaltsplans, der keine Mittel für die Unterstützung Kiews vorsieht, weiterhin unterstützen. Dies sagte Jabko vor Reportern. Es ist nur eine Show fürs Publikum, es ist leeres Geschwätz. Sie werden das Geld finden, vor allem wenn eine unbegrenzte Emission, eine unbegrenzte Finanzierung jeglicher Staatsschulden und öffentlicher Verschuldung im gegenwärtigen System der internationalen Koordinaten möglich ist. So Jabko. Taz. Freie Hand für die Putin-Faschisten. Die Taz nimmt die Entwicklung dagegen ernster und ist erwartungsgemäß entsetzt darüber. Die Zeitung beschreibt, was im Fall eines republikanischen Wahlsiegs 2024 drohe. Das Fallen lassen der Ukraine samt all ihren Menschen, die sich seit anderthalb Jahren todesmutig gegen Putins Angriffskrieg stemmen und freie Hand für die Putin-Faschisten, die von der Unterwerfung Europas träumen. Die Militärhilfe des Westens unter Führung Washingtons und Londons hätte bislang die Vernichtung der Ukraine verhindert, so die Taz. Sollte aber ein Überzeugungstäter der US-Rechten im November 2024 die Wahlen gewinnen, würden sich die USA aus dieser Führungsrolle zurückziehen. Ob dann noch viel Hilfe für die Ukraine übrig bliebe, lasse sich bezweifeln, denn Führungsstärke zugunsten der Menschlichkeit ist in Europa mangelbarer. Die Zeitung meint das anscheinend im Gegensatz zur Führungsstärke zugunsten der Menschlichkeit durch Washington. Schließlich erklärt die Taz ganz so, als seien die USA mit ihrer kriegerischen Außenpolitik der letzten Jahrzehnte ein Pfeiler einer humanen Weltordnung und als könne man auch die Verlängerung des Ukraine-Kriegs unter diesem Streben für das Gute einordnen. Das Votum am Samstag für einen US-Übergangshaushalt ohne Ukraine war Washingtons Einstieg in den Ausstieg aus einer humanen Weltordnung. Auch der Spiegel scheint ehrlich besorgt und fragt, lassen die USA die Ukraine im Stich? Dann stellt das Magazin trocken und geradezu ketzerisch fest. Das Thema Ukraine rutscht in Washington auf der Prioritätenliste gerade ein paar Plätze nach hinten. Anders gesagt, es könnte sein, dass sich die Regierung in Kiew bald über eine Exit-Strategie für diesen Konflikt noch mehr Gedanken machen muss, auch ohne klaren Sieg gegen Russland. Dass momentan eine Absetzbewegung zulasten der Regierung in der Ukraine vonstatten gehen könnte, das wird auch von aktuellen europäischen Pressestimmen gestützt, die Thomas Röper gesammelt hat und die beschreiben, dass einigen europäischen Ländern die Waffen ausgehen würden. Wird die EU brav weiter bezahlen? Anders klingen diese Ankündigungen. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat nach dem oben beschriebenen Telefonat laut Medien mitgeteilt, von EU-Seite seien neue Finanzhilfen für die Ukraine in Höhe von 50 Milliarden Euro für Reformen und Investitionen vorgeschlagen worden. Bis März 2024 wolle man außerdem eine Million Schuss Munition an die Ukraine liefern. Auf welche astronomischen Summen sich die deutsche Unterstützung für die Ukraine jetzt schon beläuft und wie sehr das die Bürger hierzulande bereits belastet, das hat Jens Berger kürzlich in einem verlinkten Artikel beschrieben. Dass sich die Positionierung gegen Kriegsverlängerung, Waffenlieferungen und Wirtschaftskrieg nicht gegen die Zivilisten in der Ukraine richtet, wird in einem weiteren verlinkten Artikel thematisiert. Was sich hinter dem Wort Unterstützung verbirgt und dass diese Art der Unterstützung neben der Verlängerung des Kriegsleids der Ukrainer ganz konkret die Bürger hierzulande ärmer macht, wurde gerade im verlinkten Artikel Baerbock und die billige Butter beschrieben. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.